Es ist der große Teil. Oh Gott, ein bisschen debil. Ja, also... Segemehl, aha. Ich frage mich, ob das etwas mit Damons Stache zu tun hat. Hallo. Hallo Loch. Aha. Jo. Jo. Das ist eine Masse, Kneter, ne? Das muss tausende Dollar sein. Kein Wunder, Damon will es so schlecht. Na denn. Fotoschießen kommen wir davon, ja. Ja, wo denn? Ja, wo ist denn das Mädel bereits im Abgang? Nein. Nein. Was ist er mit ihr? Alter. Ja. Das wäre so trickzau. Alter Schwede. Ja. Ja. Was macht der Psycho hier? Alter, voll der Psycho! Sag mal, geht's ihm noch ganz gut? Finger weg! Du hast keine Ahnung, was du mit. Und du? Chloe, was hast du dich gettetet? Du... Du wirst nicht verstehen. Ich verstehe dich. 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 Aber es war nicht ihr fault. Es war nie ihr fault. Das ist der Punkt. Stopp... Stopp suggesting, dass sie... Es war irgendwie schlecht für... Der nächste Tag, sie überzeugt dich, dass du die Schule wegkriegst. Der war noch nicht mal dabei. Was will der denn? Was will der denn? Der war noch nicht mal dabei. Sie hat nicht den Schimmer, um was es hier überhaupt geht. Alter, der versteht überhaupt nichts. Und sie machte dich part in ein Spiel du wirst du in? Gott, look. Ich bin sorry ich dich für den Spiel, aber... Das ist nicht so, dass! Seriously, man. Du musst den fucken, bevor... Ich bin quiet lange genug. Look, Rachel ist eine fantastische Frau. Und ich meine nicht aufstehen, sie ist Fake. You're real. Und... Ich liebe sie zu sehen, sie manipulieren dich so. Elliot. Ich... Ich versuche... N-n-n-n-one ist manipulieren mich. No. Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy! It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me. Not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. To you. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. I'm trying to help you. I don't know if I can help you. It's the way you are doing this. It's the 2nd that I can't help you. But, I'll say here. Elliot is going full blown crazy. I... I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? Oh, yeah, oh, yeah. Okay, wir müssen wieder Widerworte haben. Oh, das wird aber ganz schön knapp. Was ist wirklich passiert hier? Du kannst mich konzentrieren. Nein! Verdammt. Alles normal von vorne? So geht das ja nicht. Das ist von einem Monat. Das sind die verfügten Speicherstände hier. Geh mir auf den Sack. Und du? Chloe. Gott, was hast du dich getrennt? Du... Du wirst nicht verstehen. Gib mir eine Chance. Was? 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 Ja, ja, schneller. Was? 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 Horser Und ich liebe sie zu sehen, dass sie so manipulieren. Elliot... Ich versuche... Niemand ist mich manipulieren. Nein? Juste wo du jetzt bist. Ein Highschool-Drop-Out. Hanging mit kriminellen und breakingen in die Houses. Es ist verrückt! Es könnte so einfach sein, dass du in der Hospital heute bist. Wenn das überhaupt passiert... Dude... Du... Du kennst dich ein bisschen stalkerisch? Wow. Merkst du es nicht? Chloe. Ich. Nicht Rachel. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit gesehen hast. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du über Rachel überhörst. Und mich auf mich jetzt. Für einmal. Versuchen wir mal die andere Option hier. Look. I'm sorry. But I really need to go. Wow. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Okay. Wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich. Weil ich... Elliott ist komplett kammisch. Ich muss die Polizei kommen ohne ihn nicht. Ich muss die Polizei kommen ohne ihn aufz. Wer war da für dich? Wenn Max left? Wenn dein Vater weggekommen? Keine andere nichts über dich außer mir. Wir haben vieles zu sprechen. about and I don't care how long it takes we're not leaving until you see that I'm right oh jee oh jee oh jee so jetzt noch mal konzentrieren ja wieder worte ich weiß und es ist echt knapp ich habe hier wirklich nur ich muss drei antworten richtig geben viel sogar und er braucht nur eine ich brauche nur einen vieler machen und dann ist er was really going on here you can tell me you mean here specifically like the amber house I'm talking about your situation Rachel is dangerous you need to realize that you're right Elliot I didn't want to admit it before but it's true my life is at great risk thank you Chloe all I want is to help you I'm glad you can finally see that you're right I do need help I need help immediately hey it's okay I'm not going anywhere I'm trapped yeah yeah boxed in I desperately want to leave this situation it takes a lot of guts to tell me all this and I want you to know that I will always be there for you no matter what it's the police okay don't panic I'm sure they'll just want to ask us why we're here natürlich what do we do I'll talk to them there's nothing to be concerned about thank you Elliot you're a great friend oopsie oopsie hmm 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 hmm